Das gibt es hier von Rupro. Die Speed Rockets. Fünf Raketen in der Packung. Preislich lagen die bei ca. 3 Euro. Schauen wir mal. Ah, ein kleines Bokeh. Effekte sind okay, aber sind halt recht klein. Auch die Scout kleine Raketen wie die Vekos. Also von der Sekt her, sag ich mal, von der Größe. Nicht so dolle. So.